Jedes Jahr ereignen sich durch das Herunterfallen aus kleinen Höhen mehr als 200.000 Arbeitsunfälle in Europa, was hohe sozioökonomische Kosten verursacht und negative Auswirkungen auf die Einzelperson, das Unternehmen und die Gesellschaft hat. BG Bau, die gesetzlich vorgeschriebene Unfallversicherung für die Bauindustrie in Deutschland, berichtet, dass eine einfache Fersenfraktur Kosten in der Höhe von 250.000 Euro verursacht. Die meisten dieser Art von Unfällen passieren durch das Herunterfallen von Leitern oder Turmgerüsten, meistens aus einer maximalen Arbeitshöhe von 4 Metern. Leonhard HD von Bravi Plattforms bietet heute die einzige verfügbare Alternative zu Gerüsten, Leitern und traditionellen Hebebühnen an. Er kann auf allen Baustellen mitverwendet werden. Höhe bis 5 Meter, von der Schalung bis zu den Endarbeiten, sowohl bei Neubau als auch bei Renovierungen. Durch vollständiges Ersetzen von nicht selbstfahrendem Zubehör bei Bauvorhaben im Bereich der Institutionen, Handel und Gesundheit, stellt die Verwendung des Leonardo HD eine wirksame Präventivmaßnahme, um das Herunterfallen und die damit verbundenen sozioökonomischen Kosten zu vermeiden dar. Denken Sie daran, dass die Kosten einer einfachen Fersenfraktur höher sind, als 30 Leonardo HD für ein Jahr zu mieten. Erstmals 1995 hergestellt, ist der Leonardo HD ein Gerät der neuesten Generationen, das durch langjährige, kontinuierliche Forschung und Entwicklung entstanden ist. Das Produkt vereint Innovation und Qualität und sticht durch einen wettbewerbsfähigen Preis hervor. Leonardo HD bietet eine hervorragende Lösung gegen das Herunterfallrisiko am Arbeitsplatz durch Förderung der Arbeitsplatzsicherheit, Produktivität und Qualität an. Unternehmer können es sich nicht länger leisten, die echten Vorteile von Leonardo HD zu ignorieren. Dank seines geringen Gesamtgewichts, der kompakten Stellfläche und einer Arbeitshöhe von 4,90 m bietet der Leonardo HD eine höhere Vielseitigkeit. Die außergewöhnliche Bodenfreiheit von 87 mm macht am Anfang des Bauprojektes den Unterschied. Leonardo HD ist in der Lage, mühelos Hindernisse wie Schutt, kaputte Fliesen, Hänge, Verlängerungskabel, Schlaglöcher und Rampen zu überwinden. Zweifach verlängerbare Flächen bieten mehr Raum für Werkzeug und Material. Arbeiter sparen so Zeit und Energie, da sie mit der Plattform weiterfahren können, ohne absteigen zu müssen. Kann einfach von LKWs, Materialliften und sehr kleinen Personenaufzügen ein- und ausgeladen werden. Dank des blockierbaren Vorderrades fährt er problemlos durch Türen und schmale Gänge. Geringe Betriebskosten und bessere Laufzeiten. Der Leonardo HD ist fast wartungsfrei. Es muss nur der Wasserstand der Batterie regelmäßig kontrolliert werden. Stabiler als alle anderen Zugangsmittel ist er ein Garant für höhere Zuverlässigkeit und Betriebszeiten. Sehr vielseitig, robust und tragbar ist Leonardo HD das ideale Zugangsmittel für alle Phasen des Bauprojektes. Von der Deckenschalung bis zu den Abschlussarbeiten. Leonardo HD – Endlich Sicherheit am Arbeitsplatz! Endlich Endlich Vielen Dank.